Einen schönen guten Tag, hier ist mal wieder Nussi Zock. Ja, wieder in meine Küche und wir müssen mal gucken, wenn wir nur ein Waschbeck rein tun, da habe ich da eine Sitzenecke gemacht. Ich guck mal, wie man mal einen Tisch machen könnte. Das war doch irgendwie. Na, wir gucken mal, wie wir es am besten machen können. So, Tüschel. A Casting-Fetter. Tropen. Okay. Ja, die kennen wir ja. Die haben wir ja. Kastanien. Schwarz-Eiche. Die haben wir ja. Gut. Achso, wir wollten ja... Wollen wir... Wegen... ...wegen... 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 Wo sind die Stufen? So, Tücher. Tücher, wenn wir hier vier Stück machen tun. Machen wir mal. Gut, ich geh mal kurz mal schnell in mein Bettchen. Schon wieder dunkel geworden. So, machen wir mal. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Natürlich, sieht doch viel besser aus. Damit wir hier noch mal zurücklassen. Dann wollen wir noch mal unter anderem. zwei. Okay, genau. Machen wir die Tür weg hier. Ein bisschen Machen wir da hinten hin. Oder wir machen die hier hin. Genau. Dann haben wir hier eine schöne Sitzecke. Gut. Eine schöne Sitzecke. Genau. Richtig, da haben wir das. Genau. Dann wollen wir hier mal weiße Wolle. Dann gucken wir mal. Was ist das denn hier? Weiß ich nicht. Moment. Zack. Genau. Zweiten. Türchen. Machen wir nochmal zwei Couchen. Und die machen wir hier hin. Upsala. Ja. Und einmal da hin. So. Richtig. Hier ist jetzt viel besser. Nur hier wird es blöd. Egal. Mal ein bisschen rumlaufen. So. Wie viel Holz haben wir denn eigentlich? Warte mal. Wenn wir die Möbel mal weg, weg, weg packen. Die nicht viel mehr brauchen. So. Das machen wir auch mal weg. Genau. So. Als. Dann machen wir jetzt hier mal weg. Die brauchen wir hier nicht. Da brauchen wir wirklich nur die Hälfte. Machen wir das zu. So. Das Schlafzimmer. Das wird das Schlafzimmer jetzt. Gut. Gut. Jetzt machen wir hier mal richtig zu. Bis. Und nochmal ein bisschen. Genau. Das Schlafzimmer. Mein Schlafzimmer. So. Und da holen wir mal ganz schnell. Mal so ein bisschen. Mal so ein kleines Schränkchen. Mal so ein kleines Schlafzimmer. Mal so ein kleines Schlafzimmer. Mal so ein kleines Schlafzimmer. Was ist gar nicht, wann wir unten wird haben? Es hat gereicht. Wunderbar. So, machen wir hier mal zu. So, machen wir hier mal. Reicht aber eine Lampe haben hier. So, fackeln wir mal wieder hier rein. Der kann ruhig ein bisschen heller sein. Genau, so, jetzt machen wir mal die Schwarz-Eicht-Tür. Das war's. Mist No Abala Genau So Machen wir auch mal hier rein Kühlen So, hier machen wir die ganzen Möbel mal rein Das ist Erde, das sind Zäune, das ist Glas So Da ist mein Schlafzimmer Ja, das reicht Ja, nämlich reicht das Genau So, hier haben wir noch eine schön letzte Zwecke Schön, kann man hier raus gucken Da haben wir ein Pro Oh Schade Wäre besser, wenn wir noch ein Drittel haben Hätte ich den Stuhl in die Mitte machen können Können wir später machen Gut, wir holen mal ein bisschen Holz Das heißt, wir gehen nach oben Ja, und gehen wir wieder runter Wir brauchen ja noch eine Steinbox Was Was wir hier machen tun? Keine Ahnung So So Hm 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 Ja So Haben wir eine Axt Und machen wir sonst eine Ja Gut 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 Wir gehen nach oben Gehen wir nochmal das Möbelstück noch ab Gehen wir mal langsam die Automatik machen Wir müssen mal Gehen wir mal langsam die Automatik machen Wir müssen mal Auch erledigt So, jetzt können wir mal nach oben Bisschen Holz hacken Schwarz Eichen 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 Okay, das heißt, wir gehen mal kurz mal runter, wir gehen mal kurz mal schlafen. Wird ja schon wieder dunkel. Und jetzt holen wir mal einen Spaden. Ach, du bist der Esel. Ich mache jetzt langsam ein paar Wege hier. Wow, das sieht so toll aus. Wow, 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 wow. Äh, weil ich gesagt habe, jetzt wird schon wieder nicht heil geworden. Hui, was ist hier passiert? Aber halleluja. Okay. 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 Gut. Ah, guck mal. Ja, Luisa, was ist los? So. Plup. So. So, mach den mal weg hier. Und wir gucken, wie viel wir kriegen von Setzlingen. So, wie wir neue Pflanzen können und neue Bäume. Wann, Schwarzeiche ist schön. So, warten wir mal ab, was hier unterkommt. Gut. 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 Ist noch nix gut hergekommen. Machen wir den hier auf weg hier. Ja, ich dachte mal ein bisschen ausbauen jetzt. Mit Betten. Deswegen hat er hier die Schafe geholt. Jo, wo kommst du denn hier? Meine Axt ist auch gleich wieder kaputt. Jo, ich will keine. Guck mal, wie er ist. Zack. Hier habe ich gesucht. So, machen wir gleich hier wieder vier hin. So. 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 Oh, es ist ein Zauber. 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 Oh. Oh, es ist ein Zauber. Zauber. Oh, es ist ein Zauber. Oh. Oh, es ist ein Zauber. Zauber. Oh, es ist ein 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 Zauber. auch nicht schlecht. Und das ist nur fucking. Ah. Das geht auch. Gut. Ich habe gedacht, wir können Äpfel machen. Ne. Gut. Gut, bauen wir mal Dach aus. Aber erstmal gehen wir schlafen. Und dann machen wir auch wieder Schluss. Ja, wollte nicht schlafen gehen. So. Tür zu. Nacht. Ich schlafe mal eine kleine Runde. Ah. Ich bin einfach nur so hell. Ich will nicht aufstehen. Ich will nicht aufstehen. Ich will nicht aufstehen. Aber wir müssen. Tür zu. Gut. Gut. Ich sitze an den Küchentisch. Und sagen wir mal von hier aus sagen wir dann Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich kann nicht 90 Grad im Kopf drehen. Das wäre ja schlimm. You know. Gut. Dann machen wir wirklich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Nesse Zockt. Ja. Tschüss. Joer Nesse Zockt. Ja. Tschüss.